guten morgen und herzlich willkommen zu aktuellen wie das gab es in der sektion der formation stater am donnerstag dem 11 februar 2016 aktuell ist es 7 uhr und 23 minuten und dax vorbörslich taxiert bei 8.866 punkten wir haben gestern das höhere hoch und das höhere tief gemacht haben wir von einer sehr wichtigen unterstützung hier nach oben gelaufen waren hier diese feinde linie weitere feinde linie auch über den vier stunden chart zu sehen wir haben miteinander gestern darüber gesprochen gehabt für den fall dass der dax noch einmal hier in diese zone zurückkommen sollte 8880 8870 erste zone möglicherweise hierhin in richtung 8840 bis 50 zweite zone dass dann eine bullische bewegung wahrscheinlicher ist dass ich mich schwer tue hier aufgrund dieser diversen horizontalen marken einen prozyklischen einstieg zu finden und zu nennen aber von dieser unterstützung ausgehend zwar jetzt keine pan 60 oder 70 prozentige wahrscheinlichkeit so er pan 50 prozent aber mit einem sehr guten chancen risiko verhältnis größere wahrscheinlichkeit dass der markt hier in richtung 9100 laufen sollte eines ist ganz wichtig eines ist ganz wichtig das will ich ihnen jetzt aus edukativer sicht sagen es hat jetzt nichts mit der charttechnik zu tun schauen sie wenn sie einen solchen einstieg bekommen geht es nicht darum dass man dann am ende recht haben muss und der tatsächlich diese neuen eins macht und tatsächlich hier wie gesagt an dieser in diesem stundenschatz haben wir miteinander besprochen an diese trend begrenzende linie laufen muss damit es ein guter trade ist wenn man etwas im intraday bereich handelt und es läuft in eine richtung und du passt einen stopp an und du fliegst raus meinetwegen macht der markt auch gar nicht die neuen eins sondern der läuft zum beispiel nur in richtung weiß ich nicht 9000 dann ist das trotzdem eine super bewegung die man neben mitgenommen hat von über 100 punkten und darum darf man dann nicht wenn man nochmals gegen den übergeordneten trend nach einem ersten impuls eine gewisse unterstützung kauft dann auch erwarten ich muss da jetzt die ganzen 300 punkte mitnehmen was vielen klaren anlegern passiert ist die kaufen lassen dann läuft das in ihre richtung und dann sagen sie ja ja noch mehr noch mehr noch mehr und dann läuft es aber nicht noch mehr sondern fängt dann gegen sie zu laufen dann läuft es ins minus und dann lässt man es liegen und dann wird aus dem tagestrade ein day trade den man machen wollte mit position state investment trade bis irgendwann mal das gesamte depot kaputt gemacht worden ist freunde wir brauchen systematik hinter dem was wir machen und kurzfristige trades und jetzt mal ganz banal zu sagen brauchen kurzfristige gewinnrealisierungen darüber bitte sich im klaren sein und deswegen warum ich ihnen das sage es ist nicht so dass es wichtig ist dass der jetzt hier von dieser unterstützung was ich gesagt hatte tatsächlich dahin läuft sondern am ende geht es darum machst du plus oder machst du minus und darauf kommt es an okay ich hoffe dass es für sie hilfreich gewesen ist also wir dürfen nicht vergessen der dax ist jetzt übergeordnet bärisch gewesen trotzdem vier prozent gestiegen vier prozent seitdem tief nach meinem dafür halten aktuell eher wahrscheinlich wenn wir uns das einmal vielleicht in 15 minuten chart anschauen jetzt eben gerade war der dax noch knapp bei 8 9 jetzt schon wieder bei 8860 punkten für den fall dass wir hier in dieser zone hinlaufen sollten 9230 vielleicht 9240 das eine mögliche widerstandszone und dann hat der dax das potenzial in richtung 8950 und 8900 zu laufen sowohl psychologisch als auch fibromarken als auch hier horizontal 8900 kann auch noch etwas tiefer 8880 70 werden hier erste mögliche unterstützung darauf achten ob der markt unterstützung findet und eine umkehr bildet dann nächste zone die dann erst interessant werden würde ist 8850 bis 8820 oder markt dann wieder potenzielle stärke zeigen könnte und dann noch einmal hier an diese hoch heranzulaufen wenn man sich nochmals die stunde anschaut denken sie bitte dran das war für uns hier ein signal etwas auf der short seite zu traden und das war ein sehr heftiger ausverkauf also so mir nichts dir nichts werden es die wohl nicht schaffen an dieser kerze vorbeizukommen bitte sich das auf jeden fall klar machen auch wenn wir sagen der markt hat schon eine sehr starke und sehr heftige bärische bewegung gemacht für den fall dass wir das tageshoch dass ich das ich ihnen gerade gesagt habe passt gar nicht für den fall dass wir das tageshoch aus dem weg räumen im bereich von 9130 dann sind die ziele 92 und 92 50 so wenn wir jetzt noch mal einmal in richtung tageschart zurückkommen wir müssen gucken was jetzt in den nächsten tagen sich hier bildet bildet sich eine low base und der markt möchte eine fortsetzung machen dann ist das ziel 8500 wenn wir hier unter diese tiefs bei 8760 fallen sollten oder will der markt eher eine bodenbildung eine keilformation bilden dann noch mal zurückgehen in richtung 8300 selbst wenn er darüber liefe spätestens 9500 übergeordnete widerstandszone ganz hilfreich und aus meiner sicht wichtig dass wir uns eine sache noch mal anschauen der markt ist gerade im kurzfristigen bild natürlich bärisch der ist auch im mittelfristigen bild bärisch überhaupt keine frage was wir nicht vergessen dürfen das will ich ihnen einmal bitte zeigen schauen sie mal hier auf den wochenchart beim m dax das habe ich gestern schon angefangen ihnen zu zeigen hier unterstützung 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 greift dazu hier horizontals war mein aufsteigendes dreieck weiß ich noch hat silvio getradet ich nicht war ein richtig schöner trader war ich neidisch auf ihn horizontal 17200 ebenfalls sehr wichtige unterstützung keine ahnung es ist auch jetzt nicht wichtig ob das jetzt halten wird oder nicht müssen wir wissen wie laufen an unterstützung rein ja die könnten auch berechnen das andere ist für mich viel entscheidender für den fall dass wir uns alle täuschen und der markt dann doch vielleicht jetzt stärker ist als wir denken und der jetzt ich weiß nicht sonst wohin läuft hier diesen kanal bullisch auflöst 15 prozent nach oben läuft und hast du nicht gesehen in 123 so sieht der markt gerade nicht aus freunde wie kommen noch mal hierhin zurück also nochmals hier 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 der letzte richtig große crash der war doch 2009 schauen sie der markt läuft in in gerade mal drei wochen 23 prozent und fällt dann noch mal in der spitze um 14 prozent die linie gab es da nicht die konnte man das hinterher zeichnen bitte sich darüber im klaren sein kommt noch mal an diese tiefs ran und deswegen was ich ihnen sagen will ist wir sind im bereich einer möglichen unterstützung ob das jetzt greift oder ob wir diese unterstützung noch ein bisschen unterschreiten wollen dann schreien wir alle bärisch 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 und der markt kommt dann zurück ich weiß es nicht ich will mich jetzt hier nicht festlegen der dax macht die 8000 oder der macht die 7600 oder das ist der boden wenn wir vorher festlegen in unserem kopf was der markt zu tun hat und der markt macht es nicht dann fangen wir an den markt zu bekämpfen das sage nicht ich sondern das sagen erfahrene trader und trading psychologen deswegen lege ich mich nicht fest sondern ich lasse es auf mich zukommen und wenn es auf mich zukommt dann erkenne ich es bin mental nicht vorbelastet und dann treten wir das in dem sinne ich wünsche ihnen dass sie traden was sie sehen wenn sie mögen heute gegen mittag wird silvio für sie da sein mit einer neuen ausgabe zum sp 500 dann gibt es heute aber natürlich eine rohstoff tagesausgabe und tom ist ja gestern mit seiner folge ausgabe leider ausgefallen entschuldigen wir uns ganz herzlich ich war da nicht ganz unbeteiligt daran und heute abend gibt es auf jeden fall wieder eine devisen ausgabe freue ich mich wenn sie mit dabei sind wenn wir sie durch den tag und durch ihr trading begleiten können mein name ist haben wir das nashari und ich wünsche ihnen einen erfolgreichen handelstag